Hihihi! Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wheels. Heute mit der Harley-Davidson Sportstar 883. Baujahr 2008. 54 PS. 883 Kubik. odcast. Und wie das Ding in Aktion klingt, das hört ihr jetzt. Das war's diese Woche mit Wheels, wir sehen uns im nächsten Video, bleibt gesund und tschüss. Moin Leute und herzlich willkommen... Du musst so stehen bleiben, du darfst nicht weiter nach vorne, sonst ist dein Kopf weg. Ja, ich bleib genau so. Willkommen zu einer neuen Folge Wheels, heute mit der Yamaha, nein, Yamaha Sportstopp. Das war's diese Woche von Wheels, bleibt dran, bleibt gesund, ist scheiße. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.